So und weiter geht's. Ich habe ein bisschen die Auflösung niedriger gestellt, damit es ein bisschen flüssiger in der Aufnahme läuft. Und ich habe zwar versucht mit der Steuerung, aber die lässt sich wie beim Vorgänger nicht verändern. Und weil ich schon mal eine Testaufnahme gemacht habe, weiß ich, dass es jetzt hier eine Sequenz gibt. Oh verdammt, weg da, los! Spring! Willst du noch ganz? Ja, und ich atme noch. Oh nein! Wow! So, weglegen, wegstellen, wegpacken. Hm, das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Voll all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Wenn das ein Kuss für einen Kuss für einen Kuss für einen Kuss ... ... dann kann ich den Weg bis zur nächsten Sequenz schon ... ... herunter ... ... hop, hop ... ... guckt ihr mal auf die ... Ich bin ein Spanner. Hm. So. Weitergezockt jetzt. Kontrollpunkt. Sequenz. Jetzt kommt eine Sequenz. Jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt. Gina! Fröhlicheomenung. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Oh, großer Gott. Was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Toyo, bitte nicht. Was ist passiert, Mutter? Wer ist da? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Jetzt ist sie weg. Feuer einstellen! Ich hatte gehofft, sie kennen zu lernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Hm. Den Sprung. Jochenпер atomic. Und nach den Sprung. Oh. quoi so schnell? Baffer auf jeden. Evi-Tec. Oh, wir können ihnen sogar in den Markt treten. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Auch in diesem Video haben wir das Kostüm freigeschaltet. Wenn Sie den Haufen Level laden und aktivieren Sie den Schwierigkeitsgrad Zeitspiel um den Modus zu starten. Ein Silber, ein Bronze, ein Gold, ein Null Gold. Wildes Kostüm Schwierigkeit Bleib so Weiter Croft Manor, England Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland West Point Absolvent Viel mehr hat er nicht gemacht Zeig mir das Filmmaterial Willkommen, Lady Croft Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an Es ist fast identisch Nur anders aufgebaut Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe Weit entfernt von irgendwelchen Inkas Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert Zip finde möglichst viel über diesen Rutland heraus Ich will wissen, wo er sich im Moment auffällt In Peru? Er hat Paraíso erwähnt Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte Er sagte, du warst in Paraíso Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang Zip? Wo war Naya an? Saki, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso Geheim Was weiß sie wirklich? Rückkehr nach Paraíso Die scheinen sich zur Zeit über Besucher nicht gerade zu freuen Wir sind hier bis in die Zähne bewaffnet Ich bin eben immer gern gut vorbereitet Was von der Naya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz Da sind wir wenigstens ungestört Da sind wir wenigstens ungestört Oh, ein Korf ist am Ball Und sie schießt Oh, sie schießt Scheiße, dass man es nicht im Lauf machen kann Und Da steht ein Auto Das muss sie sein Missionsübersicht Woodland hat eine Verbindung zwischen der Steinestrade und der Ruine bei Paraíso angedeutet Ich hoffe nur, dass Anaya nach allem, was dort passiert ist, kommt Vermutlich finden wir nur ein Dutzend Leichen allen voraus Amanda Aber ich muss mir ganz sicher sein Im Primärziel finden sie die Bedeutung der zweiten Tivanaku-Ruine heraus Im Sekundärziel treffen sie sich auf den Maklers von Paraíso Anaya Klingt ja wie Anna Hallo Lara Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem Hier ist nichts Nur ein Haufen Tonscherven Übersät mit den Leichen alter Freunde Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt Und doch bist du hier La Paz ist nicht so weit weg Die Vergangenheit auch nicht Lara, geh, ich komm nach Wer ist das? Zip, ruf Anaya an Sag ihr, wir tun uns, wenn ich hier kenne Oh Verdammt Ah Bäm Bleiben Sie im Flebebo Um nicht getroffen zu werden Der dritte ist ja noch Schau! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Harte. ​ ich kann sie nicht haben das ist die ganze Zeit was ist das denn ich kann sie nicht so ist das was ist das ich kann sie nicht das ist das was ist das was ist das war jetzt mal richtig mädchenhaft verdammt hier haben wir auch brennaten hier 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 Wow. Das war's mit dem Tier auch. So. Nein. 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 Rammt. BAM 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 Uuuuh 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 Wechsel mal auf die hier Wechsel mal auf die hier Jetzt können wir uns anscheinend das Torrott da nehmen Achso Klappe Klappe Jetzt hier noch was Nein Kann man nix auftreten Was ist das denn? Eine Prunze So Auf geht's Anaya hat eben angerufen Sie wird von Söden an verfolgt Saki, ich bin unterwegs Okay